den steuerlichen Höchstbetrag für Altersvorsorgeaufwendungen für die gesetzliche Rentenversicherung für das Jahr 2024 selbst berechnen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, wie wir ja wissen, hat der Gesetzgeber als Teil davon der Bundesfinanzminister Lindner für das Jahr 2023 den steuerlichen Höchstbetrag, absetzbaren Höchstbetrag für die Altersvorsorgeaufwendung für das Jahr 2023 zu 100% festgelegt. Für das Jahr 2023 lag der absetzbare Höchstbetrag bei über 26.000 Euro für Alleinstehende. Ich komme auf die genaue Zahl gleich noch zurück. Ich habe jetzt eine Anfrage bekommen aus dem Internet auf Rentenbescheid24.de und da ging es darum, wie denn dieser Höchstbetrag eigentlich überhaupt berechnet wird. Also wie kommt man auf diese ca. 26.000 Euro und wie der Höchstbetrag für das Jahr 2024 aussieht. Naja, und ich wollte dann einfach mal ein bisschen, wie sagt man so schön, rumgoogeln und habe dann auch mal ein bisschen was gelesen, bin aber auf diesen Höchstbetrag nicht gekommen, der ist noch gar nicht veröffentlicht. Also ich habe da nichts gefunden. Und dann habe ich mir die Frage natürlich gestellt, wie wird denn das eigentlich überhaupt berechnet? Also wie komme ich auf diesen Höchstbetrag? Ja, meine Damen und Herren, und da hilft uns oftmals das Gesetz weiter und ich zeige Ihnen das mal. Das steht nämlich im Einkommensteuergesetz geschrieben, wie man auf diesen Höchstbetrag kommt, eigentlich kommt. Aber als allererstes einfach mal schauen wir uns mal den Paragraf 10 an. Das ist eine riesen Vorschrift. Ich gehe aber dort nur in zwei Absätze mal rein, und zwar in den Absatz 1 Nummer 2. Und der Absatz 1 Nummer, der Absatz 1 des Paragraf 10 sagt uns, Sonderausgaben sind die folgenden Aufwendungen, wenn sie weder Betriebsausgaben noch Werbungskosten sind oder als solche behandelt werden. Und dazu zählen nach Paragraf 10 Absatz 1 Ziffer 2 Beiträge zu den gesetzlichen Rentenversicherungen oder zur Landwirtschaftlichen Alterskasse sowie zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen und so weiter. Das heißt also, ein Arbeitnehmer, der Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung zahlt, der kann diese Beitragsleistungen steuerlich als Sonderausgaben nach Paragraf 10 Einkommensteuergesetz in Ansatz bringen. Aber dieser Ansetzbarkeit schiebt der Gesetzgeber mit einer maximalen Höchstgrenze, und die wollen wir jetzt mal ausrechnen, ein Riegel vor. Das heißt also, ich kann jetzt nicht endlos meine Arbeitnehmerbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung oder Rürobeiträge eines Selbstständigen bei der Einkommensteuer als Sonderausgaben ansetzen, sondern da gibt es Höchstgrenzen. So, und da die Höchstgrenze für das Jahr 2024 aus meiner Sicht noch nicht feststeht, oder ich habe es nirgendwo gefunden, vielleicht finden Sie es ja, habe ich mir einfach mal erlaubt, das mal selber auszurechnen. Und zwar bin ich da auf den Paragraf 10 Absatz 3 gestoßen. Ja, ich habe ja gesagt, es ist eine Riesenvorschrift. Und hier steht, ja, Höchstbetrag nach Satz 1 oder 2, Entschuldigung, Absatz 3, hier ist es, also Paragraf 10 Absatz 3, Vorsorgeaufwendungen sind nach Absatz 1 Nummer 2, hatte ich Ihnen gerade vorgelesen. Ja, ich gehe nochmal auf Absatz 1 Nummer 2. Hier, Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung. Jetzt gehen wir nochmal auf diesen Paragrafen 10 Absatz 3, der sich hier so ein bisschen versteckt. Zurück, Vorsorgeaufwendungen sind nach Absatz 1 Nummer 2, sind bis zu dem Höchstbetrag zur knappschaftlichen Rentenversicherung aufgerundet auf einen vollen Betrag in Euro zu berücksichtigen. So, bis dahin, meine Damen und Herren, und hier steht der Begriff Höchstbetrag zur knappschaftlichen Rentenversicherung, aufgerundet auf einen vollen Betrag zu Euro. Ja, meine Damen und Herren, und hieraus kann ich letzten Endes ohne Probleme den Höchstbetrag für das Jahr 2024 selbst berechnen. Habe ich jetzt auch mal gemacht, und zwar wie folgt. Für das Jahr 2023 kann man im Internet nachlesen, beträgt der Höchstbetrag aufgerundet 26.528 Euro. Der ist seit 2023 definitiv für Alleinstehende und dann der doppelte Betrag für Eheleute zu 100 Prozent absetzbar. Das heißt also, die gestufte Absetzbarkeit, die es ja eigentlich noch bis, ich glaube, 2030 oder so geben sollte, ist weggeflogen. Unter diesem Höchstbetrag fallen, wie ich es schon gesagt habe, Beiträge zur gesetzlichen Rente, aber nur der Arbeitnehmerbeitrag oder wenn Sie als Selbstständiger freiwillige Beiträge in die Rentenkasse einzahlen, aber auch Eurobeiträge und auch, darum geht es jetzt hier auch letzten Endes, die Zusatzbeiträge zur Zahlung des Ausgleichs einer Rentenminderung, die fallen auch in den §10 Absatz 1 Ziffer 2 Einkommenssteuergesetz als absetzbare Sonderausgaben bis zum Höchstbetrag rein. Ja, und wie wird es jetzt gerechnet? Ganz einfach. Die Formel steht ja, wie ich es gesagt habe, in §10 Absatz 3 Einkommenssteuergesetz. Und zwar nehmen wir 24,7 Prozent von der Beitragsbemessungsgrenze in der knappschaftlichen Rente für das Jahr 2024. Jetzt werden Sie sagen, was sind die 24,7 Prozent? Das ist der Beitragssatz, den ein Arbeitnehmer, wenn er in der knappschaftlichen Rente als knappschaftlicher Versicherter, wenn er eine bergbauliche Tätigkeit ausübt, da zahlen muss oder von seinem Lohn werden 24,7 Prozent Rentenbeitrag abgezogen, aber nur in diesem System, normalerweise in der gesetzlichen Rente 18,6 Prozent. So, für das Jahr 2024 steht die Beitragsbemessungsgrenze in der deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee mit monatlich 9.200 Euro fest. Wir haben die neuen Rechenwerte 2024, das kann man alles nachlesen. Das ergibt dann eine Jahresbeitragsbemessungsgrenze. Bis dahin dürfen Beiträge in der knappschaftlichen Rente erhoben werden von 110.400 Euro und davon ziehen Sie genau diese 24,7 Prozent Beitragssatz ab und dann kommen Sie auf 27.286 Euro und 80 Cent. Da im Gesetz steht, dass es aufgerundet wird, liegt die neue Höchstgrenze, die neue steuerliche absetzbare Höchstgrenze für Altersvorsorgeaufwendungen als Sonderausgaben im Jahr 2024 bei 27.269 Euro. Im Jahr 2023, Sie sehen es, betrug die Höchstgrenze noch 26.528 Euro. Wenn Sie diesen Rechenschritt oder diese Formel anwenden für die Werte, die in der knappschaftlichen Rente im Jahr 2023 gelten oder galten, je nachdem, wann Sie das Video sehen, kommen Sie auch hier auf diesen Betrag, wo die Maus steht. Das müssen Sie dann wieder auf- oder abrunden, je nachdem, wo die Kommastelle sitzt. Aber für das Jahr 2024 liegen wir bei 27.269 Euro. Und das ist genau der Höchstbetrag, den Sie als Sonderausgaben für Altersvorsorgeaufwendungen, die im Gesetz genannt sind, § 10 Absatz 1 Ziffer 2 genannt sind, Einkommenssteuergesetz tatsächlich bis zu diesem Höchstbetrag zu 100 Prozent im Jahr 2024 absetzen können oder dürfen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Nöppel.